Woche 37 Leiden einladen Leiden ist nicht das, was man bisher für Leiden gehalten hat. Die meisten Menschen glauben, Leiden bedeute ein Zustand, in welchem der Körper krank sei oder die Psyche enttäuscht wurde. Wenn dann diese Unannehmlichkeiten wieder behoben sind, denken sie, sei auch das Leiden angeblich wieder vorbei. So üben Menschen alle möglichen Techniken und Ablenkungen, um das Leiden auszublenden, Bemühungen für medizinische und feinstoffliche Heilung zu tätigen und Möglichkeiten auszuweiten, sich kleine Vergnügungen zu suchen. All dies nur aus dem Wunsch heraus, das Leiden nicht mehr offensichtlich beibehalten zu lassen. Leiden ist aber etwas viel Grundlegenderes. Es ist die Beziehung zur Ich-Vorstellung, die sich mit vermeintlichem Einflussgehabe in die Welt ausdehnt und glaubt, diese für ihr Eigenbedürfnis umgestalten zu können. Der verletzte Stolz, der Widerstand, dass Eigenpläne einfach so durchkreuzt wurden, ist eigentlich jammernde Eitelkeit. Es ist die Selbstsucht, der es gerade wehtut, nicht allmächtig zu sein. Ein solches Leiden, welches nur die Kränkung des Ichs war, anzunehmen und einzuladen, besitzt keinen transformativen Charakter. Im Verlaufe fortschreitender innerer Reifung verändert sich auch das gesamte Leidensbild. Leiden ist nun nicht mehr das Absterben einer Körperhülle, Verlust von all dem, was man erschaffen hatte, oder die Demütigung, von den Menschen verlassen zu werden, in die man doch so viel investiert hatte. Im gereiften Leidensverständnis geht es nur noch um das Leiden des Eros, der Sehnsucht der Seele, welche sich nach bedingungsloser Liebe zu Radha Krishna dürstet. Dieses Trennungsleiden umarmt man, legt es ihnen wieder hin und erfährt inmitten von diesem auch die Aufgehobenheit. Chaitanya Mahaprabhu fragt Ramanandarai, was von allen Formen des Leidens das Gewichtigste sei. Außerhalb vom heiligen Trennungsschmerz von den Bhaktas und von Radha Krishna sehe ich nirgendwo irgendein Leid. Es gibt nur eine einzige Beziehung, die wesentlich wäre, ausgelöscht zu werden. Und das ist die Beziehung zum Gedanken Ich, zu diesem Sog falschen Identitätsgefühls. Dieses ist die Ursache des Leidens auf Erden. In völliger Klarheit an die Wurzel zu gelangen, ist wesentlich. Spiritualität, die dieser Begegnung ausweicht, ist mehr Selbstentfremdung als Selbstverwirklichung.